Ja, wir stehen hier vor dem Kabe Imperial 910 und hier ist wieder der Jürgen und der Jürgen erklärt uns jetzt mal was über die Aufbauweise der Wende aller Kabe Wohnmobile. Jürgen, dann schieß mal los. Ja, wir stehen hier an der Seite vom Imperial 910 und da gibt es eben einmal schäbenhaft den Aufbau zu sehen, was eben besonders ist, warum die Fahrzeuge auch so kälteresistent sind. Man sieht hier einmal diesen Doppelboden, wovon wir immer gesprochen haben. Es gibt dann diese Kunststoffleisten hier, also keine Holzleisten, sondern richtige Kunststoffleisten. Es gibt ein richtig dicker Styrodur, sage ich mal, Dämmung. Es gibt dann einen Holzunterbau mit dem Boden, mit dem Boden, Fußboden in Vinylform. Dann gibt es hier auch wieder die alten Heizsysteme, entweder als Fußbodenheizung, wie hier oben verbaut, oder als Radiatorenheizung im Zwischenraum. Auch hier wieder unser Vinylboden. Dann haben wir hier unsere Seitenwand, innen beklebt mit Holz oder mit Boden. Und wir haben hier auch wieder unsere Kunststoffleiste oben, wo Kunststoff ist. Wir haben hier Kunststoff und da drüber sitzt eine Innenaluminiumleiste und über die über diese Innenaluminiumleiste sitzt eine Außenaluminiumleiste drüber. Und man sieht hier an der Seite, wie tief die runtergreift. Also es kann theoretisch nie irgendwelche Kälte oder Feuchtigkeit rein kommen. Du kennst das von den Häusern. Du weißt, wie die Kältebrücken da arbeiten, gerade im Bereich der Stürze und der Decken. Du siehst, hier ist das alles so gedämmt, dass da verzahnt, dass da eben keine Kältebrücken entstehen können. Ja, aber trotzdem darauf geachtet, dass da auch Lufträume zur Dämmung sind. Also wo keine Dämmung ist, sind verschlossene Lufträume, die dann auch dämmen, sodass also ein Entstehen von Kältebrücken eigentlich unmöglich scheint. Wie dick ist das Ganze? Ja, du siehst ja, das sind fünf Zentimeter und hier unten sind es sogar sieben, acht Zentimeter. Und hier haben wir wieder fünf Zentimeter plus der richtige Boden. Und dann, wie gesagt, hier ist sehr schäbenhaft, ist angedeutet, die Fußbodenheizung eben mit einem Rohr. Aber die würde ja durch den ganzen Boden durchlaufen und die Wärme steigt ja dann von unten nach oben, sodass ich eine gleichbleibende Wärmeverteilung habe. Jetzt sieht man auch Kabelkanäle, wie die aussehen. Die sind so angebracht, dass die in den Ecken sitzen, wo Leitungen durchlaufen, auch hier oben, wo Kabel durchläuft oder hier Verblendungen. Alles, das ist hier mal einfach schäbenhaft gezeigt, wie es aussieht. Und das Gleiche gibt es jetzt auch nochmal beim Aufbau vom Wohnwagen nachher. Da sieht es nur ein bisschen anders aus vom Aufbau, weil wir da nicht diesen Doppelbogen entsprechen. Also es ist schon verwunderlich, dass das eine Leichtbauweise von einem Wohnmobil sein soll. Also das ist ja doch alles sehr massiv und gut gedämmt durch das Dach bis ins Kleinste. Wir gucken jetzt mal hier noch die Fahrertür. Ja, bedingt dadurch, weil die Fahrzeuge natürlich hier platzorientiert stehen, können wir nicht immer das mit der Fahrertür zeigen. Wir zeigen das jetzt mal hier beim integrierten 910 Imperial. Auch hier, guck dir mal diese Breite hier der Tür an. Was hier eine massive Tür ist, wenn man die von verschiedenen anderen Fahrzeugen sieht, dann lacht man sich kaputt, was da verbaut ist. Auch hier wieder die Verdunklungssysteme integriert, Schlosssysteme. Also hier haben wir ein Doppelschloss, oder wie nennt man das? Ja, Doppelschlosssysteme, genau. Dann hier die Einstiegsfläche, wo man reingeht als Fahrer. Entsprechend. Das ist schon alles sehr professionell und durchdacht. Hier ist noch eine Getränkeablage. Also es ist feudal und trotzdem durchdacht und praktisch. Hier, wenn man sich die Seitenklappen ansieht, da ist außenrum, ist FK, wie heißt es nochmal? IFK. Ah, IFK, genau. GFK. GFK, stimmt, ja. Und drunter folgt dann die eigentliche Klappe und faszinierend ist, wie die gedichtet ist. Schauen Sie mal, das sind drei Dichtungen. Da ist also ein Wassereintritt unmöglich. Und jetzt hier eine kleine spannende Frage. Kannst du dir vorstellen, was das hier ist? Ja, auch für Ski vielleicht. Ah, ja, gut. Das ist die Skibox. Da kannst du die Skier reintun, weil die Fahrzeuge natürlich auch für den Wintersport gedacht sind. Und du siehst hier die beiden Keile. Darüber kommt die Box eben hoch und die kannst du eben komplett rausziehen. So, kannst du Skier mit den Stöcken einlegen und kannst sie wieder reintun. Und hier siehst du halt die gesteuerten Magnetventile, wie zu Hause bei der Fußbodenheizung, die halt die Wärme in die flüssigkeitsgesteuerte Fußbodenheizung reinlassen und da entsprechend auch komplett gesteuert werden. Und hier sieht man dann auch wieder den Zwischenboden, den wir eben im schäbenhaften Schauspiel gesehen haben. Hier haben wir schon das nächste Fach. Da könnte eigentlich auch schon eine Familie einziehen. Ja, hier haben wir dann auch wieder so eine Schublade für entsprechend Waren unterzubringen. Ja, toll. Auch da ist wieder Teils dabei und entsprechend auch gesichert. Auch hier haben wir wieder, wie immer, unsere Dämpfer. Wenn man die hochgehen lässt, dann klappt das Geräusch los. Ja. Und das Ganze getragen von zwei Reifen oder wie kann man das verstehen? Wir haben jetzt hier einen Doppelachser. Die Fahrzeuge sind ja alle aufgelastet, entsprechend Doppelachser, um halt bei dieser Qualität auch entsprechend mehr Ladungen zunehmen zu können, weil sonst werden sie ja alle überladen. Und die Garage ist von beiden Seiten? Die Garage ist immer von beiden Seiten aus sichtbar. Und hier haben wir halt den Wassertank. Hier kann man halt entsprechend Wasser nachfüllen. Super. Den Wassertank, ja. Also die Verarbeitung und das Design ist wirklich einzigartig. Alle Achtung wert. Einzigartig. Auch hier, wenn man diese Tür hier schließt, kommt man ein bisschen näher dran. Ja, zieht sich selbst bei. Und auch, der Tritt, machen wir nochmal, das war nämlich witzig, der Tritt zieht sich auch von alleine ein. Also was ganz Besonderes. Okay, wir sehen uns bestimmt gleich noch, Jürgen. Ja, bis gleich.